Was denn? Ich hab gar kein Fahrzeug hier. Hallo. Wo ist denn eigentlich mein Heli? An der Heli-Garage, immer noch. Hat doch Baum schon dreimal gesagt. Ah. Mein Gott. Ich guck mal, was da die ist. Wo ist die denn? Und ich lande jetzt an meinem... Oh, das ist aber weit weg. Der Hauptgarage, die Garage. Ich meine Garage an der Hauptgarage. Drück doch mal Medik hier. Flexpunkse. Der kann doch eh nicht dahin erstmal. Nee, aber gleich. Du hast das Feuer, nicht? Nö. Das Feuer. So, eh gleich weg. Meine Heli ist aber... Ich kann den nicht einparken. Jetzt kann er dort dahin. Ich kann ihn doch einparken. Okay, du brauchst mich doch nicht abzuholen. Komm mal, das Ding hier. Ja, genau. Komm mal, mit dem Auto das hier. Bye. Wir werden uns abzuholen.